Der VIP Cape sagt, wie holst du dir immer wieder Kraft aus dir selbst, wenn du lange alleine bist, ohne Freunde und Kontakte? I like that. Und das ist genau das, was man lernen muss. Das ist genau das, was ich auch gerade lerne. Du musst dich selber besser kennenlernen. Du musst dich in dir selber wohlfühlen. Du musst überhaupt erstmal in dich selber eintauchen. Hört sich so komisch an. Aber ich habe das Gefühl, ich meditiere schon lange, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade zum ersten Mal richtig meditiere. Also richtig in mich reingehe und mir dann da drin so eine Art Wohlfühlzone aufbaue, um so lange wie möglich da zu bleiben und zu gucken, was da drin passiert. Weißt du, was mit meinen Gedanken passiert. Observiere deine Gedanken mal. Allein das war schon so powerful für mich, einfach mal deine Gedanken zu observieren. Und du wirst merken, in den Momenten, wo du deine Gedanken versuchst zu observieren, denkst du nicht mehr. Und das ist auf jeden Fall schon einer der ersten Schritte in Richtung Meditation. Ich habe so einen Kanal entdeckt, der sehr viele Mönchgeschichten erzählt von Mönchen, die teilweise drei Jahre lang in Retreats gegangen sind, wo die nicht eine einzige Menschenseele gesehen haben, mit niemandem geredet haben, keinen Kontakt mit der menschlichen Welt hatten. Und auf diesem Kanal gibt es voll viele Geschichten so, wie Mönche es geschafft haben, Mönche zu werden und im Moment zu sein und richtig zu meditieren und der richtige Mensch zu sein eigentlich. Weißt du, was ich meine so? Und das inspiriert mich gerade krass. Und da sind auch immer so Übungen dabei, wie du langsam anfangen kannst, deine Gedanken zu kontrollieren, deine Gedanken zu beobachten, Gedanken auszuschalten und halt dann irgendwann richtig bewusst zu sein. Und das Ziel bei der Nummer ist natürlich einfach konstant immer in der jetzigen Sekunde zu sein. So, richtige Mönche, richtige Mönche wissen nicht mal mehr, wie alt die sind oder wie die heißen. Verstehst du? So, weil die Vergangenheit nicht, die ist nicht relevant und die Zukunft auch nicht. Der Moment ist relevant. Es ist halt jetzt, wird jetzt gerade schon sehr abgefahren, aber könnt ihr euch ja vorstellen, in was für eine Richtung das geht. Und seitdem ich so eine Reise mache und seitdem ich mich mit solchen Sachen beschäftige, merke ich auch, wie wichtig es ist, mal alleine zu sein. So, am Anfang habe ich so, oh nö, ich will auch jetzt wieder Freunde, ich will wieder rausgehen, ich will wieder dies, ich will wieder das. Will ich jetzt gerade gar nicht. Ich will noch weiter da rein. Ich will noch weiter, noch tiefer rein, noch mehr Sachen sehen, noch mehr dahin kommen, wo ich sein will. Weißt du, wie ich meine so? So. Äh, ja man, Alter. Safi 97, danke für dein Abo, habe ich gerade übersehen gehabt. Ich küsse dein Herz, danke für den Support. Du musst selber dein bester Freund sein, ne? Das ist krass. Eine von diesen Geschichten, von diesen Mönch-Geschichten, will ich mal kurz hier erzählen. Da war ein Mönch, der hat, ähm, gerade eine Stunde gehabt, da waren mehrere Leute, die von ihm halt lernen wollten und die saßen halt dann da und ein Mönch hat seine Sache gemacht und dann ging ein Erdbeben los. Dann ging ein Erdbeben los und, äh, das Erdbeben ging los und alle Menschen sind natürlich rausgerannt, so schnell wie möglich, ne? Um sich selber zu retten, so. Und der Mönch ist sitzen geblieben. Nach ein paar Stunden sind die Leute wieder zurückgekommen und der Mönch saß immer noch an der gleichen Stelle mit Augen zu. Und dann haben die gefragt, so, ey, warum bist du nicht auch weggerannt? Hast du keine Angst um dein Leben gehabt? Beziehungsweise ist dir dein Leben nix wert? Und dann hat der Mönch geantwortet, doch, ich bin auch weggerannt, aber ihr seid nach außen gerannt, ich bin nach innen gerannt. Und allein diese, diese, diese Erkenntnis so, war krass. Und dann hat er halt auch beschrieben, dass er in sich drin, dass er in sich rein geflohen ist, weißt du, wie ich meine? An den Ort, wo er sich am wohlsten fühlt und wo er vor nix Angst hat und wo keiner ihm irgendwas wegnehmen kann, so. Und ich musste an Situationen denken, ich hab manchmal richtig blöde Ängste, so. Da denk ich so, an wer hat das auch? Manchmal kommen so richtig blöde Filme in den Kopf. Stell dir vor, du wirst lebendig begraben. Und dann stell ich mir kurz vor, wie ich lebendig begraben werde und krieg dann Angst und Panik und denk mir, was für eine Scheiße, so. So, aber stell dir vor, du bist auf dem Mindstate so, dass du nach innen fliehen kannst und dich in dir drin richtig wohlfühlst, richtig wohlfühlst. Und an einem Ort fühlst, wo dir keiner irgendwas anhaben kann. Dann kann dich auch einer lebendig begraben und das macht dir nix. Du hast keine Angst davor. Weißt du, was ich meine so? Fand ich krass. Also war für mich auf, war eine heftige Story. Und so eine Geschichten gibt es halt mehr. Er hat da noch mehr dazu gesagt und so. Aber so eine Geschichten gibt es da halt noch mehr so, weißt du? Das ist krass. Leon Bro, ich hasse das Arbeitsamt. Fühl ich. Die machen bei mir übelst Druck. Bin ja momentan in psychischer Behandlung und gehe nächsten Monat in eine Klinik. Und die wollen, dass ich unbedingt arbeite und drohen mir Geld zu kürzen. Beziehungsweise hab diesen Monat kein Para bekommen. Echt belastend. Das ist natürlich scheiße, Bro. Ich weiß auch nicht genau, was ich dazu sagen soll, Digi. Lass dich nicht unterkriegen, Mann. Fang auch du an, dich mit Spiritualität zu beschäftigen. Mit dem Inneren zu beschäftigen. Mit Meditation zu beschäftigen. Und dann ist es auch egal, was von außen alles passiert oder nicht passiert. Ich rede gar nicht mehr darüber. Ich rede gar nicht mehr darüber, was von außen an Schlechtes passiert. Das ist mir egal. Ich bin als Mensch immer der gleiche Mensch. Ich bin immer wertvoll. Ich bin immer ein Mensch. Keiner von außen kann mir irgendwie mein Leben versauen. Oder mir ein schlechtes Gefühl geben. Oder mir sagen, wer ich bin oder wer ich nicht bin. Weißt du, was ich meine? Du bist immer ein Mensch. Egal, was außen für eine Scheiße passiert oder nicht passiert. Das sollte man sich auch vor Augen halten. Ich könnte jetzt auch über zehn Sachen reden. Aber nee, scheiß mal auf die Sachen. Das wird sich schon, wenn du so bist und so bleibst. So positiv und so liebend und so dankbar, dass du überhaupt leben darfst und für die Welt. Dann wird sich auch alles auflösen. Schneller auflösen und besser auflösen, als wenn du dich mit negativen Gedanken aufhältst und immer wieder im Kreis drehst und dich davon runterziehen lässt. Dann wird es nicht besser werden. Es wird meistens ein Teufelskreis draus. Linus, du hast recht. Positiver Mensch zu sein, ist ein Vollzeitjob. Da merkt man, da kann man sich gar nicht mehr mit den negativen Sachen auseinandersetzen, weil man die ganze Zeit an sich arbeitet. Genau das ist es. Und genau das merke ich jetzt gerade erst. Wenn du wirklich diese Tools nutzt, Mann, wie Meditation, Gedankenkontrolle, Gedankenobservation, versuchen, gedankenlos zu sein, im Moment zu sein, etc. Du hast keine Zeit mehr. Du hast einfach keine Zeit mehr. Und du lebst, du bist dann die ganze Zeit wirklich im Moment. Und irgendwann überträgt sich das so krass auf dein Leben, dass du darüber nicht mehr mehr... Also du musst nicht... Guck mal, das ist wie so, wenn du Fitness machst und trainierst zum Beispiel. So, Konzentration. Konzentrier dich auf eine Sache. Das ist auch eine der wichtigsten Sachen, die ein Buddhist oder ein Mensch, der halt im Moment sein will, sich beibringen muss, wie man sich wirklich konzentriert so. Und das ist alleine schon wie Training. Du machst eine Sache, du konzentrierst dich auf die Sache und deine Gedanken werden immer wieder abschweifen. Und dieses Zurückholen zu der Sache ist wie eine Wiederholung. Und das machst du die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und das ist anstrengend und das nervt. Und ja, aber irgendwann bist du so konzentriert und so im Moment, dass du dich in die Sache rein vertiefst und dass du die Sache wirst. Und dann ist das geil. Weißt du, was ich meine so? Und das überträgt sich dann halt wirklich auf dein Leben. Und das ist halt schön. Weil dann bist du immer konzentriert, fokussiert und immer bei der Sache so. Aber es ist am Anfang auf jeden Fall Arbeit. Work. Das ist ein Hustle. Kommt nicht von mir, mir geflogen. Linus sagt, Bruder, glaub mir, wir sind uns sehr ähnlich, obwohl ich erst 21 bin. Aber inshallah werden wir uns bald mal treffen und reden. Ich glaub dir, Bro. Ich hab bei dem einen Satz richtig geilen Vibe gekriegt eben, den du reingeschrieben hast. Du hast auf jeden Fall einiges schon verstanden. Und das muss ich sagen, von meiner Seite an der Stelle mal fetten Respekt an dich raus, wenn du erst 21 bist, dass du schon solche Gedankengänge entwickelst und auf dem Weg bist. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Bleib dran. Und wir werden uns auf jeden Fall sehen. Wenn du es willst, wirst du es manifestieren, Bro. Ich find's geil, Mann, Alter. Es muss schon so... Ey, Mann. Wie gesagt, ich hab ja letztes Mal auch schon gesagt, es müsste eigentlich ein Schulfach geben, was Bewusstsein heißt. Menschen lernen, wie man bewusst ist und sich konzentriert so. Und dann wäre die Welt eine andere. Trust me. Es ist doch geil, wenn ich mir auch vorstelle, dass ich ein Kind hab. Von Anfang an diesem Kind, diesem Kind halt die richtigen Dinge beizubringen und so. Das ist voll wichtig. Wir kriegen das gar nicht richtig beigebracht. Weißt du, was ich meine? Die Sachen, die ich entdecke jetzt gerade, das sind Sachen, die hätte ich gerne von Haus aus gewusst. Weißt du, was ich meine? Einfach gewusst. Beziehungsweise beigebracht bekommen. Stellt euch vor. Ich stelle mir das vor, wenn ich von Anfang an mit solchen Sachen konfrontiert werden würde, wie dein Weg sich ändert. Okay, hätte, wäre, wenn, würde und so. Aber das sagt mir einfach, man muss so viele junge Leute wie möglich mit solchen Sachen konfrontieren. Mit den wahren Sachen. Und nicht mit dem ganzen Scheiß, Digga. Social Media, Handys, Pornos. Es gibt so viele Tools, die einen davon ablenken. Deswegen will ich meine Reichweite auf jeden Fall immer dafür nutzen, um so viele Menschen wie möglich so auf den richtigen Weg zu bringen. Leon, Bro, ich habe voll Angst und ein bisschen Panik beziehungsweise Angst, was mich erwartet und Angst vor neuen Dingen und vor allem vor den Menschen. Nein, denn ich hatte am Donnerstag letzte Woche einen Termin beziehungsweise ein Erstgespräch für eine Tagesklinik, wo ich seit anderthalb Jahren auf einen Platz warte, weil alles voll war. Und wenn alles gut läuft, nehmen die mich. Und ich bin dann für acht Wochen oder weniger in Therapie wegen meiner Depression, psychischen Problemen, Panikattacken und vor allem wegen meinem Burnout. Bro, Tufan, ich schwöre dir, Bruder, du musst eigentlich genau das machen, was ich gerade auch mache, Bruder Herz, ja. Die Antwort ist in dir drin, so. Ich hoffe, dass diese Menschen, die dann in der Tagesklinik sind, die dich dann beeinflussen oder die dir dann helfen sollen, dass die das wirklich verstanden haben, so. Und nicht einfach dann irgendwie dir Medikamente geben und dir irgendwas erzählen, so, weißt du. Ich bin skeptisch bei dieser, bei diesen ganzen psychischen Therapien und dies, das, weil ich halt weiß, dass wir alle die Antwort in uns drin haben und alle Glücklichkeit, Glückseligkeit, Erleuchtung in uns selbst finden können, wenn wir wirklich in uns selbst eintauchen, so. Deswegen wünsche ich und hoffe, dass du das hinbekommst und dass die dir in der Klinik vielleicht damit helfen können. Und wenn nicht, dann kommst du hier in den Wald, Bro. Waldhütterin, man. Angst ist eine Illusion, Tufan. Du hast keine Angst. Sag, hör auch auf, das immer wieder auszusprechen und zu schreiben, weißt du. Du sagst immer wieder, ich habe Angst und ich möchte nicht, ich habe Angst, ich habe Angst davor, ich habe Angst davor. Das ist eine Illusion. Es gibt keine Angst. Das gibt es nicht. Das ist ein Hirngespenst. Das sind deine Gedanken, Bruder. Es gibt keine Angst. Das bist nur du. Diese Gedanken, diese Angstgedanken, das bist nicht, also, das bist nur du, war ein bisschen blöd ausgedrückt. Also, du bist das nicht, wollte ich damit eigentlich sagen. Du machst das mit dir selber, aber du bist das nicht. So, jetzt aber genug philosophiert an der Stelle. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ein Video an.